das ist richtig was denn du hast du auch deine items bekommen was willst du denn ja was habe ich denn bis jetzt bekommen du hast eine fähigkeit ja kriegst du ja auch noch und ich hab ne ich gehe erstmal zu ihr wir wollen erst mal abgeben ja bevor man da wieder sachen kauft hast du dich so wenig im griff ausweiten keine ahnung ich habe noch eine fähigkeit auf mit einer maus das ist interessant ja da hab ich blocken ein doppelhacker der doppelhacker jungen verbesserungskette werdet was hacken für zwei treffer auf was nutze nach einer kombo ein erweiterungsangriff eine sofortige stufe 2 auf land und erweiterung ohne auflandzeit werden mit der höhe der kraft ausgeführt keine ahnung was das bedeutet ich kaufs kippsäge die synergie erzeige fühlt sich im kampf ist sie voll kannst du deine synergiefähigkeit einsetzen im einzig spieler modus wechselst du dabei die charaktere und fühlst die synergiefähigkeit des eingewechselten charakters aus im core modus findet kein charakterwechsel beim ausführen einer synergiefähigkeit statt was ist jetzt der meteor schlag was ist l um auch guck dir mal an was du für fähigkeiten hast ja guck dir was ich für sachen habe ich kann ausweichen ausweiten da steht ausweiten ja und darunter steht dreimal oder zweimal ausweichen ja naja du bist dann schnell da kannst du länger sprinten kannst du ausweichen konnte ein schattenschritt ja super ich habe mich angreifen ich mache kein damage naja du bist ja auch er der schießer unter uns also eine pistole macht keinen schaden oder was aha jetzt weiß ich was l ums das ist nicht schiff deutsch lrt so leertaste gut sollen wir dich mit der kugel kurz allein lassen zusammen mit dem blutkern können wir lucifer aufspüren lasst mich die beschwörung beginnen gefunden der kugel nur böse wenn du mit weiter geholfen meinst uns durch die ganze hölle zu schicken glänzende steine zu suchen dann ja das auge hat spuren wie es scheint hat er den dämon besucht mammon lucifer verschwört sich mit den meistern der hölle diese aufgedunsene bade warum klopft ihr halter nicht mal bei ihm an und schlagt ihm für mich den schädel ein wir sind nicht eine laufburschen samuel wir dienen nur dem rat ich helfe euch die anderen meister zu finden wenn sie mit lucifer unter einer decke stecken nützt es uns allen sie zu finden angefangen mit mammon diese allianz wert bis wir lucifers plan aufdecken keine sekunde länger das ist ausgegeben ich habe mir nicht alle fähigkeiten kauft nicht schon was bringt eine passive gesundheit in der inaktiven charakterin geht langsam ein teil der verdorung wir haben doch gar keinen aktiven charakter er hat theoretisch ist das glaube ich er wenn du alleine spielst ja aber dann bräuchte ich hätte hier nicht was richtig was mir glaube ich trotzdem gut ich mir jetzt auch aber wir haben nicht alle barren der glutschmiede gesammelt jetzt gehen wir in den ort haben wir alle bahn gesammelt nein der glutschmiede aber nicht vier stück aber nicht dass es aufwerten wir hätten die zu machen hier zerstöre 25 fässer oder kübel in der inferno kammer das haben wir geschafft sammeln jeden typ von kreaturen können sammeln 200 fernmünzen 68 haben wir schon was jeder voran hier warum hast du denn 297 und nicht 254 keine ahnung ich fühle mich hier nur noch verarscht von dem spiel deshalb spiele nix mehr mit dir ja war hat aber nun mal auch eine höhere grundstärke grundstärke deswegen braucht er auch alle items wofür spiele ich denn überhaupt mit wenn du ja so eine tolle grundstärke hast ja sag doch mal ein gefängnis komm schon hättest du nicht auch gerne mal ein stück vom kuchen uns obliegt die wahrung des gleichgewichts diese er hat die fresse war wenn du mich fragst gucken wir bei der wahrung des gleichgewichts meistens in die das schlüssel wir dienen einer gerechten sache arbeiten wir deshalb hinter dem rücken des rats mit sammel zusammen unsere situation ist kompliziert wie ihr wir diese angelegenheiten regeln desto besser war sind hauptstrafe wie bist du hochgekommen ich weiß ja dass du eine größere höhere grund stärker ist aber willst trotzdem warten oder wir haben solche leben töten mich sonst ja aber wieder nur muss noch so viel stärker als alle anderen ja das ist richtig aber meine rüstung ist ein bisschen stärker als alle anderen ist natürlich warum komme ich ja nicht mache ja keinen spaß mit dir ach ja genau das fängt sich wieder an zu beleidigen was ist das hier keine ahnung ganz schön viele käfige ach wir haben sogar leben was gerade nicht gesehen weniger als fünf hunde besiegen bevor wir den meister besiegen also steht auch mal mit bestand da gerade wir müssen ja mal ich da hier meister da portal ja ich versuch's würde keine hunde ja ja ich versuch's ich hab's doch gemacht ja aber hat nicht funktioniert hat immer noch nicht funktioniert ja ich bin tot ja gut kann ja nichts ja doch müsste ich hab doch so viel leben ach scheiß auf die hunde ganz ehrlich ich hab dich doch wiederbelebt ne hast du nicht ich bin jetzt auch gleich tot das ist optionale keine ahnung darfst du einfach mal probieren das schon wieder direkt aufzugeben ja dann trifft er einfach mal das ding da was trifft er belebt mich doch einfach mal wieder hab ich ja ja hab ich gesehen ja geht doch aua ja danke darf ich da kann ich mich wieder reinlassen hier geht's aber glaube ich auch nicht weiter nein hier war die andere Tür mach deine nochmal auf zu ja geil ich bin so am Arsch mach zu mach zu die ist schon zu auf 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 ich kann ja kann ich nicht oh Gott mach wieder zu mach wieder zu geh tot ach komm lass auf die hunde scheiße ganz schön viele Käfig ganz schön viele Käfig ach der ist wirklich mhm 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 aber hier das ding ist ja dann machen zu befehl meister darf ich mich erst um die hunde kümmern oder muss ich versuche ja dann weiß ich denn dein gruppe jetzt kaputt musst du nicht dass diese gestresst und umspiel bist du hast du gesagt nicht die hunde töten ja und dann habe ich wieder lasse auf die scheißen und jetzt für jahre schlacher auf er war selbst ab da muss er ja das alleine machen bist doch so toll sich ja das spiel genauso warum ich das ding noch nicht durchgeworfen habe das andere portal ist kann man sich aufnimmt jedes Mal ist es glaube ich hat ihn nur stress mit dir jeder ist auf einmal sehr gehetzt ich mag das nicht da war doch aber gar nichts gerade oder natürlich jetzt kannst du die unruhe lassen machen wir jetzt nichts doch mich an du kannst einfach dran vorbeigehen aber nicht greifen ja es ist weil du so eine tolle persönlichkeit bis nach schlucki der hund meister ich glaube ich bin kommt nicht lange ist meine hunde oh ja oh gott wer hat gedacht dass da ungemein sind aber was für hunde hat ja ich danke dir ich bin schon wieder keine tränke mehr der ist er direkt umgekippt fress meine wunde wer möchte lernen sich totzustellen ich werde auch von dem blitz den getroffen es gibt keinen schaden aber das bei mir hält oder gott vielleicht breit hast du nur an die ab und kann sein dass das dich nimmt und dann zum gehst du also nimmst du daran damage dann geht's wenn du es damit schneiden würde es dann ich gehe halt schon mit absolut keinem leben da rein ich liege ja so zwischen das ist raus ich bin da wirklich noch mal rausgegangen ich habe mich kein bock darauf ja wir müssen in der tüten aber jetzt habe ich voll das leben es ist kein damage und wären noch schöner hast du dich doch das ist ein urteil das ist eine kiste oh gott ich finde sie klein viel schlimmer als den großen jetzt mal deine seine kräfte auch die primis natürlich diese granaten diese nägelbomben bringen aber was nicht so ganz gut verstanden was der bringt er lenkt glaube ich gegner ab auch ja 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 die zähne aus grubelikowski einfach der type nächstes mal mit den schwierigen ja klar für wen auch sonst nur verarscht doch warum sollte nicht rumheulen ich will halt auch nur mal dinge dinge kreaturen gerne habe ich denn jetzt ja hier ist aber der falsche kern ich glaube hier oben idon knopf das licht endlich die grube war das nicht einfach nur ein taube durchgegangen sind ich dachte das wäre auch so ich glaube dass es nicht richtig dass mein spiel daran ist scheiße ich sehe nichts aber scheiße bin ich hier ich finde ihn sehr einfach oh mein gott er hätte mich beinahe getroffen ich habe mich nicht einmal bewegt so kennt man dich mich dann einfach was mit euch ich weiß ich weiß überhaupt nicht und irgendwas hey mhm auch kursen typ der immer dürfte macht ihr denn mit dir schießt er dich aus der existenz oder was wo bist du ich bin da irgendwann ecke so der dicke leben die männer hier ist noch ein hebel hebel ziehen da kannst du die glaube ich die andere türen und aufmachen oder gegner ich bin hier über alle maßen verwirrt von den wegen von 5000 sehen in der höhle gesammelt gehe ich eigentlich keine ahnung ich glaube hier geht es auch mal weiter hoch jetzt sind hier noch hin über hier ist eine truhe hier sind irgendwie andere sachen ach hier sind fährmann mit den dingsbums hier hier oben 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 also bei dir unten hier sind noch mehr hier hinten ist noch was alle hier ist auch noch weiter hier ist ein fliege gut ich glaube wir gehen gerade zurück ne doch nicht ich hab keine ahnung so ich jetzt gerade aus machen wir hier sind gegner und das an der münze die gegner sind schon tot nein ich krieg die münze nicht okay so sterbt geht es hier auch noch hin hier geht es auch noch lang ne hier waren wir schon glaube ich ach ja das war wo der fette war was da oben ist denn hier noch eine färmer münze und seelen 7500 fehler nicht mehr viele hier ist müssen wir zusammen machen bist du trinkt ich glaube es trinktür ich hab mir nicht gesehen ich habe ihn nicht gesehen klein händen ja ich glaube das ist kein tricktür doch drei schlüssel aber drei schlüsse lobo ja scheiße zu sein ihr seid nicht so geiler schweiß sind die bestimmt traurig ist er mit diesen grünen kültern achte bei mir oder der ist aus irgendeiner aus irgendeinem kern hat so ich habe nämlich irgendwann war der schummer da habe ich versuchten zu töten sechs jahre später hat nicht funktionieren ja hier musst du daran ist das hier überhaupt mit trinktür ich glaube schon ich habe die tür aufgemacht da kann man ganz kleiner der verputzt da ist noch eine färmer Münze denn die geht mir nicht also die fähigkeit ich muss sagen alle dinge also vor allem wenn du in diesem diese super serie oder wie das heißt wissen ja da machst du willst viel damage gegen gruppen das ist sehr gut ja gut es kommt immer auf die fähigkeit glaube ich an die daraus was das hier sound also ist ja dämonen magos was war erst jetzt den dritten kern ich glaube das war nur ein teil du hast ja welche gekauft schon ja ein ach so dann hast du jetzt zwei dann hast du vorhin noch irgendwas geöffnet wo waren das ja warte hier oben aber da ist noch irgendwas oder ist das wieder nur also da oben ist die truhe dann manchmal diese truhen sind komisch alter kurz prozess gemacht hier ja gut gegen diese ganz klein ist das halt auch kein thema aber hier ist das noch zum kaputt machen da vorne ist das teil dafür alles klar ach hier dein lebens ding oder? ne 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 Ah ja, klar, dass man auch so von einem großen Aufzug denkt. Das ist ein Ein-Personen-Aufzug. Da passt nur Strife drauf. Guck. Die Kiste versteckt sich hier irgendwo. Suchen wir ihn und finden heraus, was er weiß. Das war eine böse Kiste. Es gibt böse Kisten? Offenbar, da war irgendwas komisches drin. Wo ist die andere? Hinten in der Ecke. Ah, hier ist eine Münze. Auch. Ich dachte dann noch ein Aufzug. Leider nicht. Lass mal alles mitnehmen. Das ist aber Spezialfähigkeit, ne, mit den Blitzen. Nö, das ist meine Munition. Achso. Und dann mit der Serienaufladung. Also mit der Serie. Hätte ich diesen Witz nun wirklich gedacht. Da liegt immer noch einer. Da liegt immer noch ganz viele. Colt. Wie bei Darubert. Darubert? Ja. Suppe. Der Eingang zum Gewölbe ist versiegelt. Holy shit. Okay, die sind alle schon tot. Ich bin da. Ich bin da. Hä? Ey, das ist so, das ist doof angezeigt. Mann, jetzt hör auf in dem Scheiß. Das kann ich nicht wiederbeleben. Ne. Wird nicht. Doch, danke. Naja, ich bin nicht da. Wo bist du? Oh Gott, lass die doch. Hä? Ich bin überhaupt nicht mehr da weg. Ja, hab ich dich denn jetzt wiederbelebt? Keiner. Der Eingang zum Gewölbe ist versiegelt. Mann ist nicht gut. Ich hab es jetzt jeden Tresor. Okay, jetzt sind sie alle tot oder was? Irgendwann. Ne, doch nicht. Wir schaffen das. Hä, warte, warum steht denn jetzt die ganze Zeit da 14? Oh, hier ist da eine Kiste. Da sind noch gerne. Ohh. Warte mal bitte. No.